Warum möchte er diese Tat begehen? Und er hat halt gemeint, ja, weil wir in extremen Zeiten leben und extreme Reaktionen getan werden müssen. Ja, aber extreme Zeiten verlangen extreme gute Gegenreaktionen, ja? Wenn man die Sachen nur noch verschlimmert, das nützt keinem, ja? Ja, zum einen beginnt er ja ähnliche Taten wie auch, sag ich mal, die Extremisten im Islam, also die Taliban oder so, die auch die Buddha-Statuen hochspringen oder solche Sachen. Und vor allem, wem hilft das, ja? Ja gut, der Kirche, weil sie ist sehr jetzt im Fernsehen, überall, in den Medien sehr groß. Ob es der Kirche hilft, also ich glaube, im Gegenteil, das wird viele abschrecken. Also ich habe mit Pfarrern gesprochen, deswegen die waren natürlich entsetzt, ja. Ja gut, aber in Amerika, die Evangelikalen extrem, also die haben schon einen großen Zulauf. Aber man muss natürlich auch sagen, die National Association of Evangelicals, Evangelicals, also die in den USA, diese Vereinigung, hat auch sich sehr stark dagegen ausgesprochen, gegen diese Aktion. Also sie hat auch versucht, diese Dove Church davon abzubringen, durch Statements, durch Bekanntmachungen, durch verschiedene Aktionen auch. Also die sind da auch sehr stark dagegen und verurteilen das, sehr stark. Eine weitere Sache auf dem YouTube-Channel von dieser Kirche, also die Kirche ist gut dabei, merkt man schon, hat ja auch dieser Pfarrer gesagt, hat er noch geschrieben, dass der Islam halt keine Religion, also der Zufriedenheit ist. It's not a real religion of joy, hat er gesagt. Ich meine, fragen Sie sich selbst doch mal, haben Sie jemals einen glücklichen Muslim gesehen? Weder auf dem Weg nach Mekka, noch wenn Sie in der Moschee sind. Also das sieht doch nicht wie eine Religion of joy aus, also das ist Spaß, Glück, Seligkeit. Verbohrter Unverstand, also ich weiß nicht, wenn man redet da und redet sich im Kopf und Kragen. Glauben Sie, das ist einfach nur darum, Aufmerksamkeit zu gewinnen? Oder hat er es vielleicht wirklich ernst gemeint? Was die psychologischen Gründe sind, wer weiß es. Also vielleicht meint er wirklich, das für eben seinen Jesus zu tun, ja. Aber es ist vollkommen in die Irre gegangen. Also das ist nicht im Sinne dessen, was wir von Jesus kennen, aus dem Friedensfürsten. Und es ist auch nicht so, dass er da einen geraden Blick hätte für die Muslime. Aber wen kennt er denn, also an Muslimen? Oh, der hat ja gesagt, in dem Interview hat er auch noch gesagt, es gibt zwar moderate Muslime, aber keinen moderaten Islam. Und wenn die Muslime nach Amerika kommen wollen, dann sind sie willkommen, aber ihre Religion nicht. Na ja, ich meine, da sollen die Leute, ich sag mal, mit Koran beschäftigen und darüber nachstecken, was da eigentlich steht, anstelle einfach so etwas blind in die Gegend zu posauen. Man kann sicher sein, denke ich mal, dass dieser Mann vom Islam, vom Koran, nur eben das gelesen hat, was er lesen wollte. Wenn überhaupt was gelesen. Ja, und das sind einfach nicht sagende, tönende Antworten, die auf Lügen aufbauen. Liebe Zuschauer, wir sind in einer Live-Sendung. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie einfach an oder schreiben Sie auch eine E-Mail. Dann behandeln wir das gerne auch beim nächsten Mal, Ihre Frage. Wir haben diesmal auch eine E-Mail bekommen und zwar von einem Muslim wieder. Und es geht, wir finden uns ja gerade im Fast-Math-Ramadan und er fragt halt, erst mal sagt der Ramzan Mubarak, ich bitte Sie um Hilfe, da ich selber nicht genau weiß, wie ich am besten eine Frage beantworten kann. Mit einigen meiner Kommilitonen diskutiere ich des Öfteren über den Islam. Im Moment ist eine Diskussion über das Fasten entfacht. Da ist einer der Meinung, dass das Fasten an sich gut ist, womit er aber Probleme hat, ist der ganztägige Verzicht auf Wasser, also dass man den ganzen Tag kein Wasser trinken darf, also in der Fastenzeit eben, da das gesundheitsschädlich sein kann. Wie kann ich den Verzicht auf Wasser erklären? Also zum einen, das ist eine Standardbehauptung, dass er gesundheitsschädigend zu fasten oder auch noch Wasser zu trinken. Wenn das so wäre, dann gibt es ja gar nicht so viele Muslime, weil die meist wahrscheinlich wegen dieser ständigen Gesundheitsgefährdung ums Leben gekommen wären. Also ich meine, was sagen denn die Leute? Also ich meine, was für Untersuchungen sind gemacht worden, was für Statistiken sind waren, gar nicht. Das ist gut, wenn man zwei bis drei Liter Wasser am Tag trinkt, aber ich meine, die kann man ja auch abends oder fortführen. Ja, aber das ist alles Hörensagen, das ist nirgendwo ein wissenschaftlicher Beweis. Jesus hat in der Wüste wahrscheinlich auch nicht gefastet, als er vierte Tage in der Wüste war. Fasten bedeutet nun mal tatsächlich nichts zu sich nehmen. Also nicht eben jetzt sich den Bauch vollschlagen mit Wasser. Wenn Wasser erlaubt wäre und nur das Zunehmen von fester Nahrung verboten wäre, dann würden die Leute von morgen bis abends noch Wasser trinken. Und der ganze Sinn des Fastens, nämlich den Körper sozusagen zu verlassen, wäre dahin. Also es ist einfach unlogisch, so eine Forderung aufzustellen, man soll Wasser trinken dürfen, weil das würde dem Fasten also den Garaus machen letztlich. Der Nächste sagen die Leute, man braucht noch Vitamine, man muss das Wasser mit Vitaminen füttern. Also es ist alles nicht durchdacht. Und vor allem, das Schönste ist immer, wenn solche Leute sowas sagen und niemals selbst einen Versuch gemacht haben. Also einfach nur so oberlehrerhaft über den anderen herfallen. Ich meine, ich weiß, ich bin jetzt 40 Jahre lang Muslim, ich weiß, was Fasten ist. Und viele Leute, die in unserer Gemeinde sind, die haben es auch erfahren. Und sie sind alle ohne Schäden durch die Fastenmonate hindurchgegangen. Man hat keine Ausfallerscheinungen. Abseits davon, wenn man eine Tendenz zur Ausfallerscheinung hat und also krank ist, dann darf man gar nicht fasten. Aber für einen gesunden Menschen, egal ob Mann oder Frau, ist das Fasten inklusive Wasserverzicht nicht gesundheitsfähig. Sie haben es kurz angesprochen, kranke Leute, die vielleicht auch Wasserprobleme haben, sie dürften ja gar nicht fasten. Auch Leute, die schwer arbeiten, wo sie vielleicht viel trinken müssen, das wäre auch gesundheitsschädlich dann auch wieder ist. Wie ist es damit? Also ich stelle mir halt gerade vor, jemand muss an einer schweren Maschine arbeiten. Ja, ich meine, der Koran sagt ja ganz eindeutig, jene, die es schwerlich einhalten könnten, heißt es wörtlich, denen ist die Möglichkeit gegeben, eine Ablöse zu zahlen. Und mit schwerlich einhalten können, da geht vieles drunter. Also die Kranken sind eh ausgenommen, aber damit sind nicht nur die Alten gemeint, die Schwachen und Siechen auch, sondern eben auch Schwerstarbeiter. Das muss jeder mit Gott ausmachen letztlich. Aber ein Fußballer oder ein Schwerarbeiter, der eben nicht die volle Kontrolle über seinen Körper mehr hat, wenn er fastet, der ist sicherlich auch ausgenommen vom Fasten. Also die Leute, die auf Reisen sind, auch entsprechend. Die Leute, die auf Reisen sind, auch entsprechend, Kinder sowieso, Schwangere sowieso. Also das ist alles nicht so, wie die Leute es denken. Also das Fasten ist eine hohe Disziplin. Ich sehe gerade, wir haben ein Telefon. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo. Ich würde mal fragen, ob man beim Fasten Augentropfen nehmen darf? Also Augentropfen ist eine äußere Krankheit und ist eine äußere Behandlung. Also ich sage mal, von mir aus, ohne dass da jetzt ein Mufti, also ein Richter, zu Rate ziehen kann, das ist nichts verboten, weil es eine rein äußere Behandlung ist. Und verboten ist nur, wenn etwas in den Körper eindringt. Also wie die Kehle runter geht, sozusagen, oder aufgenommen wird vom Körper. Ja, es gibt ja auch dieses Gebot, also wenn man sich verletzt und Blut austritt und man macht ein Pflaster drauf oder so, also ist ja auch kein Fasten gebrochen dadurch, sondern das ist ja auch kein... Die Wuzu ist gebrochen. Bitte? Die Wuzu ist gebrochen. Ja, ja, Wuzu ist gebrochen, ja. Aber Fasten wird eben dadurch gebrochen, also wenn man jetzt eine Transfusion oder sowas bekommen würde, dann wäre es ja... Dann wäre es ja eine Krankheitsfall. Genau, dann wäre es eine Krankheitsfall. Okay, dann haben wir die Frage soweit besprochen. Eine andere Frage, die wir auch bekommen haben per E-Mail, ist, wenn man in einen Glauben hineingeboren wird, dann hat man eine gewisse Vorprägung. Wie kann man aber dennoch behaupten, dass man von Gott neutral beurteilt wird, beziehungsweise gerecht beurteilt wird? Na ja, die Prägung ist das eine und das selbstständige Denken lernen und begreifen lernen, wovon man geprägt ist, warum man geprägt ist, ob die Prägung gut ist oder schlecht. Die Prägung ist ja nicht von sich aus schlecht, ja. Also man kann eine gute Prägung haben. Es gibt schlechte Prägungen und gute Prägungen. Also nicht jeder, der als Muslim geboren wird, ist dadurch zum negativen Vorurteil, das ist im Gegenteil. Man kann sagen, es sind Dinge erleichtert, in vielerlei Hinsicht, weil einfach dadurch vieles vermieden wird, was dann konvertiert, schmerzhaft dann in späteren Zeiten nochmal durchmachen muss, beziehungsweise wo er sich abarbeiten kann. Wobei man das so generell ja auch nicht sagen kann. Es könnte ja sein, dass jemand als Muslim geboren wird, seine Eltern ihn aber sehr schlecht behandeln und er dadurch denkt, das ist Islam, was wir dann... Ja, gut, das kann es ja auch sein. Aber ich meine, wie ist, so wie ich die Frage halt verstanden habe, auch diese Gerechtigkeit eben. Also jemand, wie, 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 ja gut, wie kann man...